so leute da bin ich wieder wurde gerade angerufen, der Anruf war dann doch für mich und jo, machen wir mal direkt weiter hier ich habe jetzt keine Ahnung wie lange die erste Lälfte der Aufnahme geht ich wusste aber nicht die Aufnahme abbrechen muss aber ich habe natürlich keine Ahnung wie lange die Pause jetzt ging also, äh, werde ich mal wieder so eine spontane Yo-Chat-Abszeiten wir haben noch eine halbe Stunde, dann mach mal so, dann teilst du das gerade auf, eigentlich was? ne, ich habe nur noch die Folge, ich habe doch davor schon zwei, warum soll ich jetzt noch eine halbe Stunde die Folge aufnehmen, what the fuck ach so, dann war die Folge ja 40 Minuten lang also, dann machst du zwei Folgen, dann haben wir zwei mal 20 Folgen ja, dann habe ich ja vier Folgen, ich muss da nur drei machen also, okay das ist doch schon die dritte Folge, ne, ich glaube ich muss noch irgendwie so 8 Minuten haben, jetzt so ungefähr und dann müssten wir das haben dann passt das jo, weil ich habe jetzt einen Ausbildungsplatz yep, yep ich habe schon eine ausfällige Ausbildung und eine Stelle und ein Studium und ja, apropos, ich habe meine Noten bekommen ich habe mein Technikerstudium mit 2,0 abgeschlossen war schlecht, oh fuck you man ne, 2,0 ist im Studium okay ja, ich glaube jetzt genug, mehr ist genug schienen weil ich es ehrlich sein muss, in meinem Studium ist die Zielsetzung 1,0 irgendwas war bei mir auch, aber mit 2,0 ging ich mir auch zufrieden war es bei mir auch, wo ich gemerkt habe, schaffe ich nicht ja ich, 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 ich finde einfach den, die Minenschacht nicht mit mir irgendwann in der Höhle, dann war alles okay, ja, aber ich bin die Minenschacht nicht mehr ich bin unter der Wüste irgendwie, bin in der Nähe vom Haus äh, ich hab die hier so großteil als abgebaut, aber ich denke, es reicht jetzt mal, es kann das Schienensystem aufhauen, wir haben so um die 400 Schienen, ist das schon, dass wir überall hinbauen werden, wo was gebaut wird ja, aber wir haben ja, man kann Schienen auch craften, Digga eben das war halt mal ein Grundstück ne, man könnte sich das zu laut im Eisen einfach ohne Ende, also Scheiß auf Schien, Eisen und Holz, man soll nicht wirklich das Eisenholzprobleme haben, wir haben über viereinhalbtausend Holz Lockes das heißt, das sind noch mal irgendwie so 16.000 Bretter oder 16.000 Brettern kann ich keine Ahnung wie viele tausend Sticks machen und äh, an Eisen schaltet uns, äh, das ist auch gerade so, ich glaube 3000 Eisen haben wir da und dann haben wir Juju irgendwie ein paar hundert, wo wir auch wieder ein paar tausend draus machen können, glaube ich Ah, cool, ich habe den Schacht zu unserer, unserem Brunnen gefunden ja, dein Geheimding, sie ne, das war ein Minenschacht, der hat direkt am Brunnen geendet der Junge hat nichts gelernt also, Schienen so, wie komme ich jetzt wieder hier raus Schienen haben wir 300 Sieben 10.500 das war gar kein lapis stein 71.000 dann gehen wir mal rüber gucken unsere quals machen, ob man die umsetzen müssen schon Prozent und für ein Ding so dass Home ich glaube Richtung Home ich glaube Home ist eine gute Idee also zwei Kurve arbeiten und würde ich sagen wenn ich daheim bin dann können wir auch die Folge beenden so lasse ich da einen kaputten Bogen, lasse ich mal hier dann sind wir weiter das ganze andere Zeug ein ja hier habe ich noch was Testen wie tief wir hier unten sind ich habe einfach inzwischen den Level einundvierzig das ist doch nicht mehr normal bisschen tief ne ich bin gar nicht tief ne unsere Quavis oh oh saß ich denn da Gunpowder Gravel Dirt keine Ahnung da unten ist ein Riss oh ich hab auch noch mal 100 Schienen da weiß ich grad dann sagen wir 400 Schienen die müssen reichen für den Anfang ah ich bin wieder in den Minenschach gelandet da ist unser Zuhause das heißt ich muss hier rüber hier lang hier oh ich hab noch mal Schienen gefunden direkt unterm Haus dass wir die nicht gefunden haben boah fuck halt also in so eine Quarry ist bei Höhe 14 ne z ja jetzt bin ich direkt unterm Haus 14 hab wieder Schienen gefunden ja 14 also sie hat noch 14 mal 8 ja sie sind so ziemlich am Ende unsere Quarry ist dann eigentlich schon oh man der neue Platz habe ich ja schon ausgekoren wo sie als nächstes hingestellt werden kümmere ich mich da um die Energieversorgung noch hä kannst du einfach die Teleport Pipes benutzen ja aber ich muss die Quarry ist ja irgendwie aufstellen physisch der ist ja nur auf 3 bisher aber ich habe ja eine vierte schon gebaut also haben wir jetzt so nach 4 Quarry sind die 2 abfertigste ja und die kannst du dann genau auf dem Viereck bauen genau habe ich jetzt ja auch aufgestellt ja und die Energieversorgung genau in die Mitte batschen fertig ja aber da reichen die 2 um Bridges nicht mehr brauchst du mehr Bridges glaube ich hä ich glaube nicht ich glaube eine Bridges hat einen unbegrenzten Output zu lang gezogen wird probierst du einfach aus ob alle mit maximaler Geschwindigkeit arbeiten das siehst du doch an Laserfarbe oder so genau oder so so jetzt bin ich wieder unterm Haus ich will immer noch nach oben ich geistert schon wieder ein paar Minuten unterm Haus rum und dann und dann nach oben und auf einmal hier kommst du nein nicht wegmachen hier habe ich irgendwann mal gebaut ich spielte die Treppe random ins Haus auch gekommen ja weil ich nicht gewusst habe wie ich hochkomme einfach mal hochgekommen aber mir beenden ja eh nicht so oft hast du gesagt er wird nur noch ganz alles ins System nicht so er arbeitet haben wir waren mit zwei Stecks Schienen so eine Messe Rater ist beschäftigt der Ofen ist beschäftigt Zupi das war wieder ein erfolgreicher Ausflug ein erfolgreicher Tag das sind wieder ein paar ein paar 400 Orsten mehr für uns Systeme wie hier einfach nicht steckweise die Orts durch die Messe Rater laufen ist schon krank doch gut so welches Ohr kommt jetzt? Copper während das eine Ohr noch abgearbeitet wird kommt schon wieder Copperohr dazu Gold Gold ja Copper ist jetzt erst durch jetzt kommt schon wieder Gold nach in Massen kommt oh jetzt kommt Kohle na Kohle kommt nicht in den Ofen dann kommt besser da irgendwo rein oder nicht? nein 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 ne die Kohle muss ich jetzt verkraften ach du Huren Sohn Markus komm her wir machen gar nicht so der Ofen ist jetzt auf jeden Fall wieder fertig und die Kohle glaube ich läuft noch ein bisschen durch weil ich viel viel ich habe mehrere Stacks Kohle mitgebracht da ist der Messe Rater jetzt erstmal beschäftigt wieder das heißt ich kann ungefähr wieder ein paar Diamanten machen aber wenn ich es so sehe ich kann von hier aus meine mein Tempel ist so das sieht man schon ein bisschen das ist cool ja what? da hinten also ich sehe deinen Tempel nicht echt? ich schon ah doch jetzt jetzt rennt er da ne bei mir sieht man es 156 Meter von hier ja ja jetzt sehe ich ihn auch wenn ich ein Stück hoch fliege dann fängt es dahinter das rennen an und dann sehe ich deinen Tempel auch und da Hüben sehe ich unser Atomkraftwerk platz der weiß ich ja nicht mehr wo der ist doch doch wenn du hier guckst zwischen den zwei Bergen der Hüben ach da wo die zäunig sind genau ja ah gut dann habe ich den auch gefunden und ganz da hinten wo der Weg hinführt kommt noch eine Werft hin und ja aber das sieht man von hier aus nicht das ist zu weit weg gut oder? ne? da ist ein Loch vor dir ja? was hast du gemacht? weiss ich nicht hier ist auf einmal ein Loch hab ich ein Fünftesnatz fix das mal wieder ja chiseled sandstone brauche ich dafür davon habe ich nur zwei muss ich sogar noch einen kraften wenn du das kaputt machst chiseled sandstone dafür brauche ich sandstone slap wir haben 22.000 Holzblöcke ja sandstone slap ne dieser benutzt mir die nicht zur Verarbeitung für was? mein Office Office heißt was? ja wenn wir jetzt erstmal die ganzen Steine weg klopfen ich brauche aber Steine wenn du dir die Steine nicht reichen dann schalten wir es aus die reicht bestimmt die Steine was? 93.000 Steine ja das ist ein Loch kann ich auch 3.000 Steine mehr ne ich kann es dann mal wieder ausschalten ach was hör auf das reicht locker guck mal wie viel er noch hat wenn sie die tausend äh 68.000 Steine also das ist ein paar ja ich würde sagen wir beenden jetzt an der Stelle aber die Folge wissen dass das nächste Mal in einer weiteren Folge in Minecraft take a light oder whatever dann bis dahin servus und tschau tschau tschau